Das ist ein Bier. Das hab ich als erstes gehabt. Der macht das automatisch. Nein. Das musst du da manuell einstellen. Ja. Na gut geraten. Oh, hab ich das falsch beschrieben? Hi Berlin. Nein. Ich wollte aber Rebellen schreiben. Aber das hat sich... Ja voll. Der ganze Satz hat sich nicht geändert. Bis auf den Namen. Okay, war doch ein bisschen zu einfach. Piñata. Heißt nicht Piñata? Ja, das habe ich mit einem N mit einem Strich... Apostroph. Aber auf jeden Fall nicht so, wie ich es geschrieben habe. Ja, Piñata ist so... Wie man es schreibt... Eine Piñata-Dings wird zerklopft. Ich wusste, dass es man so nicht schreibt. Aber jeder hat es anders geschrieben. Das ist gut. Fuck. Das war... Das war nicht... Oh. Ja, deshalb habe ich geschrieben. Das sieht gut. Lehrer verschimpft, wo man es geht. Wow. Nur mal so zu schreibt. Ich habe nicht gewusst, dass es ein Lehrer ist. Oh ja. Ja, schon. Aber immerhin Schmude habe ich noch mitgenommen. Nice, nice, nice. Dein Blick oder so. Ja, Philipp. Ja, ich wollte eigentlich so traurig wirken. Habe ich seh so verwirrt aus. Die Hand lasse ich so verwirren, weil wir sowas wollen. Was willst du von mir? Sind sie nicht Lehrer? Riesenäule. So schreibt man es, by the way. Das N musst du nicht tun. Oder? Musst du? Ja. Weil es Español ist. Warum nicht? Ja, bis ich die Taste gefunden habe. Ja, weil da ein Nadelbaum und ein Laubbaum sind. Ein Katz, schau nach oben rechts. Ja, aber mein Laubbaum, der sah erst aus wie so ein Atompilz. Und deshalb habe ich dann gedacht, okay, dann mache ich lieber noch mal so einen anderen Baum dazu. Oh, warte. Was? Wie hast du das erkannt? Oriente Blind Forest. Als ob. Ein Katz, schau nach oben rechts. Ja, eben. Deswegen. Deswegen, ja. Als ob du das gesehen hast, erkannt hast und instant denkst du einfach, Orients will uns bleiben. Wohl, wohl, ich hab's ja selber gespielt. Ich hab's ja selber gespielt. Ja, aber denk doch. Aber das da oben seh ich gar nicht. Was soll das denn sein? Da oben ist nur ein weißer Fleck mit einem schwarzen Punkt und du denkst, natürlich. Ja. Okay, cool. Ja, ich war es jetzt mal danach gedacht, oh, scheiße. Ein Katz muss den Ring ins Feuer schmeißen. Ah, close. Ja. Ja. Das ist eh gut. Ein Katz in der Herr der Ringe wählt. Neop. Ich hab's mir einfach gemacht. Na, immerhin, das Auge. Du hast... Lassen wir das. Ein Katz bringt den Ring nach Mordor. Ich hab's das Auge verkehrt rum, ja, ja. Ja, darauf hab ich geachtet, Roman. Ja, das meinte ich. Ich hab meine Ringe, glaub ich, nur die ersten 10 Minuten gesehen. Ich hab das gut mindestens 10 Mal gelesen. Ja. Ja, das war so ähnlich, wollte ich das auch mal, aber ich hab was anderes gekriegt. Starker Zug. Starker Zug. Starker Zug. Starker Zug. Starker Zug. Und das hab ich halt eben... Moment, gar nicht wahr. Das war gar nicht die Eule, die von mir angefangen ist. Ich weiß nicht. Das ist einfach die schlechteste Eule, die ich jemals gesehen hab. Ja. Brauner Vogel speit Feuer. Brauner Vogel. Nice. Lehn's soft auf einer Welle und spielt dabei Gitarre. Ah, looool. Okay, ja, nachgeschrieben. Das ist echt misinterpretet worden. Kawabanga. Lanz surft auf einen Self-Report. Was? Ja, voll. Was? Oh, scheiße, das sieht ja dann auch aus. Okay. Willkommen. Lenz reportet sich selbst. Ja, klar. Das Meer ist aber rekuriert. Ja, ich konnte damit nicht anfangen. Ja, voll. Ihr habt mir so gedacht, ihr müsst so bemühen. Harry Paul ist so smart. So smart. Als ob ich das jetzt wieder machen würde. Ja, genau. Das merkt keiner. Das merkt keiner. Ja, ich weiß, das hab ich grad vorhin gemacht, aber ich bin jetzt nicht Imposter, ne? Ja. Aber wer will das zweimal machen? Hey, wer will das... Das Bild hat mir doch schon mal. Ich hab mir schon zwei mal. Also, ne? Wer würde das denn fünfmal machen? Jetzt mal im Ernst. Ja. Ja. Kokain-süchtiger Jesus. Oh, so. Jesus sollte das sein. Ich hab das noch vergessen. Guck. Nice. Wertige Priester, lieben Druck. Wertige Priester. Wow. Ohne lange Haare. Das kann aber auch ganz schnell eine ganz andere Richtung gehen. Das hat so einen Titel, ey. Gib mir das. Der Papst will Marijuana. Der Papst. Das hab ich jetzt halt akkurat gemacht, weil der Papst redet italienisch deswegen. Sogadamilo. Ja. Aber die Augen sind geil. Ja, die hab ich zum Schluss noch verfeinert. Ich bin stolz. Danke. Eine Katze frisst einen Katz. Ach, dann war's das. Doch. Das ist ziemlich konstant geblieben. Da, ich... Jan, ich wusste nicht, was das ist. Ich dachte erst... Ich dachte erst, das wär irgendwie ne Tür und dahinter... Da sind zwei Pfeile links und rechts. Dann hab ich erst... Aber ich hab's verarscht. Katze will einen Katz fressen? Fragezeichen. War doch gut. Als ob das so konstant... Blut. Blut. Dann... Eine Katze weicht einen Katz. Ja, meine Katze ist aber ziemlich scheiße geworden. Ich hatte das doch so, dass ihr Unterkiefer am anderen ist. Ach so. Nein, das ist jetzt nur ihr Unterkörper. Aber später wär... Aber am Anfang war es ihr Unterkiefer. Das wär ein großer Mund gewesen. Als Bär steht auf einem Bein und sinkt. Ja, dankeschön dafür. Okay. Ja, eh gut. Ja, aber der ist wahrscheinlich jetzt tanzen. Der dringender wär, der balanciert. Oh, komm mal hin. Ich dachte schon, da kommt Tanzenraum. Er hat die Form gefunden. Fuck you. Kein... Aber das Gesicht von dem ist aber großartig. Ich glaub rot war die falsche Wahl. Ja. Ja, der sieht aus wie ein teuflischer Teddy. Das nächste wär bestimmt... Das nächste wär bestimmt... Das nächste wär bestimmt gut gewesen. Lalalala... 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 So wie Jan. Oh mein Gott. Deutschlehrer. Lanz wird Deutschlehrer. Lanz wird Deutschlehrer. Deutschlehrer. Ja, das hat mich dann ein bisschen irritiert, aber ich hab's dann einfach als Lehrer gezeichnet. Lanz bringt den anderen Mathe bei. Ja, gut. Da hat sich das Fach geändert. 3 plus 3 ist 5 für 5 für Luschen. Könnt ihr da ruhig glauben. Ich weiß nur Bescheid. Hast du 3 mal 3 oder 3 plus 3? Wenn ich die beste Jacke der Welt hätte. Ja, Alter. Ich hab so gewusst, dass es Jan war. Wenn man die Geschichte so what the fuck war. Denk darüber nach Kleidung zu kaufen. Ja, echt. Ich wusste nicht. Ich seid einfach nur ein Strichminch. Wie soll das sein? Ich brauch Zeug. Ich brauch Zeug. Typ G. Typ G, ja. Dankeschön dafür. Ich hab weiter geschrieben. Einkaufen. Ja. Typ G. Nein. Aber das ist richtig nice. Typ G. Ja, was will ich da sagen? Wohin denn? Wohin denn? Da war eigentlich schon alles verloren. Ja.